. 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 Steck deine Zunge raus und sag A. A. Aha, genau was ich gedacht hab. Hast du vielleicht an diesem Zeug hier geknabbert? Na ja, hin und wieder vielleicht. Eine Kombination von verschiedenen Arzneien. Zuerst diese, ein Haarbeschleuniger, der die Haare wieder wachsen lässt. Dann dieser Haarkleber, der die Haare festklebt. Das müsste eigentlich helfen. Beidesformel. Auf unsere Ehre, als ordentliche Mitglieder der obersten Pirateninternationale D.O.P.I. geloben wir feierlich. Strickrack. Feldschlaget. Affiniert. Und sämtliche Tiere dieser Welt zu Wasser und in der Luft zu unterwerfen. Genau wie ihr sogenannter Wohltäter. Doktor Doolittle. D.O.P.I. Doppeljäh. Ich hab den Eindruck, das ist ein Himmelfahrtskommando. Ich hab den Eindruck, das ist ein Himmelfahrtskommando. D.O.P.I. 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 D.O.P.I.